Was ist denn los? Los, fahr zur Hütte im Wald rüber! Jet, du kümmerst dich um deinen Bruder. Fahrt jetzt, solange ihr noch könnt. Habt ihr verstanden? Was ist denn mit dir? Na los! Wenn Sie diese Sendung sehen, befinden Sie sich in einem Teil des Landes, der nicht mehr unter Kontrolle der Regierung der Vereinigten Staaten steht. Jungs, ich liebe euch beide. Aber ich will, dass ihr jetzt das tut, was ich machen würde. Tötet den verdammten Scheißkerl! Nein! Die haben sich mit der falschen Familie angelegt. Wie konnte das bloß passieren? Das sind ganz neue Waffensysteme. Unser Netz wurde abgeschaltet. Sie haben sowohl uns als auch das US-Zentralkommando lahmgelegt. Was machen wir denn jetzt? Ich werde kämpfen. Jeder, der mitmachen will, ist willkommen. Wir schlagen die auf unsere Weise. Wir sind die Wolverines und wir sorgen für Chaos. Wir müssen an ihre Waffen kommen. Wenn wir das schaffen, bekommen wir auch unsere Häuser zurück. Ich kann nicht. Doch, du kannst. Sei ganz locker. Und drück ab. Lauf, 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 lauf! Wir haben unsere Freiheit geerbt. Jetzt müssen wir sie verteidigen. Für die dort ist das nur irgendein Ort. Für uns ist es unsere Heimat. Machen Sie nicht. Vielen Dank.